Hallo liebe Leute, grüß dich zum Witz von Lutker. Heute der Buschwitz. Moment, zu mal weit. Hallo liebe Leute, grüß dich zum Witz von Lutker und Prost mit einer Penntaste, gibt es einen Schub oder so ein Schub. Und der Buschwitz, und zwar ist er von Gowie und grüß ich ihn von Ihnen an den Sippel Karibu und den Kirschi. Und der hat mir jetzt über E-Mails gesagt, da kommt ihr auch, da kommt ihr noch zwei von euch grüßen. Und der Buschwitz, der geht so. Was ist weiß und rennt von Busch zu Busch? Ein Arzt bei der Zickenimpfung. Ein Arzt bei der Zickenimpfung. Was ist weiß und rennt von Busch zu Busch? Ein Arzt bei der Zickenimpfung. Ein Arzt bei der Zickenimpfung. Und Erklärung. Ein Busch ist ja so ein Strauch, so ein kleiner Baum, von Busch zu Busch. Was ist weiß und rennt von Busch zu Busch? Ein Arzt. Also ein Arzt ist ja weiß gekleidet. Bei der Zickenimpfung. Zicken sind die Tiere, die einen beißen, wo man eine Borreose und so alles kriegen kann und die Hunde und Katzen haben und sowas. Die haben dann so ein Zickenband. Und dann kann man den Hund impfen oder den Mensch impfen, dass er keine Myose kriegt. Aber jetzt impft der Arzt die Zicken. Von Busch zu Busch und impft die Zicken. Eigentlich muss er den Mensch impfen, aber jetzt impft er die Zicken nach. Okay, ciao, komm, wieder abonnieren.